Kritische Witze bis sie zu ehrenlos werden Ich habe keinen ökologischen Fußabdruck Ich fahre einfach überall hin Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern Oder zumindest tut er das, wenn man ihn hart genug wirft Ach du Heilige Ich hab mein Haus kindersicher gemacht, irgendwie kommen sie trotzdem rein Zum Fallschirmspringen braucht man kein Fallschirm Man braucht einen, um zweimal springen zu können Bestimmt Arzt, sie haben noch 10 Jahre zu leben Patient 10 war's, Monate, Jahre, Arzt 9 Äh, oh oh Mama, warum sterben in unserer Familie alle Leute immer so plötzlich? Mama? Mama? Was macht ein Leprakranker auf dem Friedhof? Ersatzteile suchen Mh Mh